recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge nummer zwei von shapes.io jetzt müssen wir mal gucken wir müssen was war das jetzt hier rote kreise haben aber rot ist hier kreise sind hier das heißt wir müssen hier mal ein bisschen was neues bauen um die zu kriegen wir haben hier oben die laufen die laufen auch nicht die kreise okay und hier die laufen okay dann müssen wir noch gucken das ist durch hier kommen welche dazu ich glaube das hat man letztes mal gemacht ne ja dann würde ich sagen schauen wir mal mit den roten kreisen nach dem intro weiter bis gleich so kreise sind ja hier links dann wollen wir gleich mal loslegen hier shift hast du nicht vergessen so vier stück wieder an der zahl wir bauen hier ein tunnel bis nach da wir bauen den da hin und so machen wir das und da geht es raus so das sollte passend sein dann müssen wir von hier noch vier holen drehen wir die auch um dann nehmen wir diese hier mal oder doch von oben den nehmen wir andersrum kommen dann da raus die frage ob wir das hier so hinkriegen der da der da der da das könnte ein bisschen knapp geworden geht gar nicht brauche gar nicht darüber nachdenken schmeißt das alles weg zieh die mal anders raus hier weil funktioniert sowieso so nicht den kannst du gleich auch noch umdrehen der macht nämlich so auch keinen sinn der da ist das passt dann dann kannst du den hier gleich ein kürzen oder auch vielleicht zwei kürzen und baust hier den tunnel nach der drüben dann kommen die schon mal daran und jetzt wollen wir den maler ist der richtige rum er warum ist er richtig machst du denn da dran machst du hier mal definitiv das ding so baust denn gleich richtig da dran nimmst mit dem hier schon schwung so rum so dahin und baust denn da dran das klappt gut ne hat es jetzt geklappt hier wird blockiert einer habe ich schon gesehen so auf ein neues mit mit der shift-taster das geht irgendwie nicht jetzt geht's endlich wir haben wieder ein level geschafft hier schauen wir mal rein die vierecke und die viertel kreise sind weg da kommt jetzt so ein blauer den können wir noch mischen müssen wir mischen den können wir also nicht machen und hier haben wir das gleiche in grün hier unten den müssen wir auch noch machen so der kreis der läuft auf jeden fall jetzt erstmal lassen erstmal so laufen obwohl es einen starken rückstau da gibt vielleicht hätten wir hier besser noch mal teilen sollen müssen wir noch mal gucken bevor wir da irgendwas falsch machen passiert erstmal dass wir hier die bahn reinziehen hier ist auch doof gelaufen machen wir mal so und ziehen die bahn da auch noch rein so sieht es doch besser aus oder so die kommen hier knapp ran das natürlich wieder viel zu eng gebaut wird und jetzt alle wieder sagen die zugucken ist es natürlich auch brauchen wir nicht drüber reden das kriege ich aber auch gar nicht mehr anders hin das habe ich schon verbaut wenn ich den mache komme ich da nicht mehr rüber das ist gerade mal so gebaut wie es hier ist lasse es so laufen erstmal nice to have würde ich sagen so was war jetzt also der rote läuft erstmal rein das ist schon gut dann war der blaue hier der halbe quadrat blaue der hier oben schon läuft hier sind vier ecke da sind blaue passt also das heißt wir brauchen hier maler meister der aber andersrum ist ich mach den da hin mach die so hin gut geklappt wieder mit drücken und nach der kommt dann dahin und der kommt dahin passt jetzt brauchen wir den noch geht das was ich vorhabe tunnel geht nicht vom platzangebot auch mal gleich da links um so geht's so jetzt sollte das erstmal funktionieren und hier muss weg muss weg muss weg muss weg der roller kommt hier und kann auch dahin ne genau dann kann der dahin und der dahin oder er erreicht nach und wir müssen wieder gucken wo wir hin müssen nach da oben so hier machen wir das wieder so dann kann der erstmal dahin und wir verbinden das einfach so so dann laufen da vier ecke rein die natürlich noch getrennt werden müssen ja hat gut geklappt ne gut dann brauchen wir noch einen dreher für diese bahn und dann brauchen wir den dahin der kann weg und wir brauchen so ein teil dann noch das wieder zusammen ist wie der dahin kommt weiß ich nicht ach zweimal drehen alles klar jetzt passt's gut naja jetzt laufen ein paar verkehrte rein aber die werden auch gesammelt braucht man irgendwann auch oder so die kreise sind immer noch nicht aktiv dann müssen wir mal gucken wenn wir noch kreise kriegen also die hier irgendwie raus kriege ich hier einen runter mit so jetzt haben wir den tunnel der würde bis dahin gehen dann muss es gehen dann geht das na es sind nur vier hier ah passt nicht aber vielleicht reicht es ja trotzdem ist ja auch egal es sind schon vier aber ich blockiere mir einen selber also geht das nicht so der da noch hin dann sind es halt nur drei die da zusammen kommen den kannst du gleich weg machen der war falsch was braucht man jetzt einfach nur den kreis das bedeutet wir hauen hier nochmal so eine straße so eine teilung rein und dann laufen die da auch rein und da sind ja genug die da kommen auch wenn es nur drei sind reicht es aber dass die hier flott hoch gezählt werden jetzt ne ja so die sind gut haben wir schon erreicht die sind gut jetzt fehlen nur die lilanen dann die lilanen aber wir haben auch keinen Farbmischer also geht das noch nicht hier sind die roten haben wir die hälfte schon durch die laufen die laufen da müssen wir Farbe mischen können wir also nicht die laufen die laufen ja die laufen ein bisschen schlechter da unten können wir noch ein bisschen mehr machen ja gucken wir gerade noch dass wir das noch hinkriegen zwei drei vier eins zwei drei der geht da hin und dann schneiden wir da schon auseinander wie kriegen wir die Farben hier weg gute frage ne so der eine muss gedreht werden und zwar zweimal super das passt dann dann machen wir den da hin verbinden die beiden wir müssen jetzt gucken dass wir die so rein kriegen dass die da gefärbt werden angemalt werden könnte hier von 0 darunter her müsste so gehen geht so passt erstmal da kriegen sie dann die Farbe und wenn sie gefärbt sind kommen sie hier mit aufs Band so jetzt müssen wir hier nur einen abzwacken ne oder wir machen vier neue machen wir vier neue so haben wir es und so haben wir es auch jetzt müssen die doppelte menge von denen kommen sieht gut aus ok dann haben wir das auch geschafft das war der der jetzt doppelt so schnell läuft wie weit sind wir hier 207 da fehlen noch ein paar die sind schon durch da fehlt der den können wir noch nicht weil wir einen Farbmischer nicht haben den können wir auch nicht weil der Farbmischer fehlt Viertelkreise fehlen uns noch ganz wie sind wir den Viertelkreisen achso wenn ich jetzt hier noch einen Rotierer einbaue oder dann müsste ich doch doppelt so viele kriegen das müsste doch passend sein oder ja dann sollte das auch schneller gehen hier passt also auch die laufen die laufen auch alles läuft hier brauchen wir noch 80 und dann geht es auch voran hier könnte noch ein bisschen mehr sein da ist immer eine Lücke noch drin naja ok lassen wir es erst so werden wir hinkriegen aber hier haben wir wieder mal das geschafft so eng wie möglich zu bauen aber naja das können wir auch noch umbauen hier haben wir die Autobahn auf jeden Fall schon verlängert das ist schon mal gut die ziehe ich auch noch länger damit ich das auch immer schön hinkriege und zwar penne ich die nämlich wie ich mich kenne kriege ich hier einen Tunnel hin ich will zwar einen Tunnel hinkriegen aber das bringt mir nix hier ja diese hier das ist auch verschwunden verschwindetes Material wahrscheinlich dann müsste ich weiter unten naja das ist schon ein Blödsinn hier das gemacht zu haben lass mal gerade noch schnell hier zwei von denen bauen einen von denen warte der Mülleimer muss weg und der muss da rein ne dann kloppt es da oder ne ne war einer zu viel zum drehen glaube wenn wir solche Halbkreise brauchen überhaupt nach unten brauchen wir die was kommt an ich glaube dann ist richtig ne ja jetzt kommen die nach unten an die nach oben brauchten wir gar nicht oder oder wird die nachher nochmal gedreht ne die laufen da rein ohne dass ich das richtig gemacht habe das bedeutet hier müsste eigentlich dreimal gedreht werden ne kann das sein ist jetzt richtig ich glaube jetzt ist richtig ne jetzt kommen nur noch unterhelfen an die ach die haben wir ja sowieso schon genug naja ist egal aber es ist jetzt richtig hier kommt auch noch was falsches an da muss der linke noch gedreht werden obwohl die ja gleich auch voll sind wahrscheinlich ne naja das sind noch ein paar tausend ein paar hundert also läuft jetzt auch besser gut dann würde ich aber sagen soll es für diese Folge hier reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an damit wir das nächste Video hochladen gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann Ciao